Ja hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Mr. Easy Racer und ja einem ganz ganz kurzen Video, denn ja wie schon gesagt, bei meinem Video gestern, die Umfrage ist jetzt zu Ende gegangen, 20 Uhr heute auf dem Freitag, also am 23.01. um 20 Uhr, 8 Uhr abends, ist die Umfrage zu meinem nächsten Projekt umgegangen, im Hintergrund seht ihr, es ist dann doch ja relativ eindeutig geworden, ungefähr ja 57.00 Uhr, 50.00% der Stimmen haben gesagt, sie wollen Forza Horizon 2 sehen, 35.00% der Stimmen haben gesagt Gran Turismo 6 und 7.00% der Stimmen Assetto Corsa, da es allerdings zwischenzeitlich ein sehr sehr knappes Rennen war, ich habe ja da immer mal wieder reingeschaut, konntet ihr nicht sehen, zwischen Gran Turismo 6 und Forza Horizon 2 habe ich mir gedacht, da sich das auch schon einige gewünscht haben, dass wir, klar Forza Horizon 2 ist jetzt gesetzt, das habt ihr gewählt, das kommt dann wahrscheinlich immer Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und dann entweder Samstag oder Sonntag, also so wie ich es geplant habe, mich jetzt zweimal die Woche dann Formel 1 bringen, The Crew läuft erstmal ganz normal weiter, jeden Tag ein Part, haben auch einige geschrieben, was ist mit The Crew, geht ja ganz normal weiter, also gar keine Probleme, und ja dann habe ich mir auch gedacht, um Gran Turismo 6 auch wieder ein bisschen bei mir aufzunehmen, beziehungsweise ja in mein Programm wieder aufzunehmen, das meinte ich damit, habe ich mir gedacht, dass ich irgendwann wieder mal so ein paar Online-Rennen veranstalten werde, dann werde ich wahrscheinlich einfach ein kleines kurzes Info-Video auf Facebook, nicht auf Facebook, auf YouTube machen, auf Facebook werde ich es dann auch posten und werde dann schreiben, ja ja, heute Online-Spielen oder so, werde das dann aufzeichnen, wahrscheinlich auch und dann zusammen cutten und dann einfach hochladen, also kann dann sein, dass es dann wirklich ein Stunden-Video ist oder so, dann werde ich das einfach irgendwann, wenn mal Zeit ist, zwischendrin hochladen und ja, das habe ich mir dazu so gedacht, aber wie gesagt, das kommt dann eher unregelmäßig und, aber es wird kommen, das auf jeden Fall, ich freue mich auf jeden Fall jetzt, ich werde jetzt die Xbox One auspacken, ich werde jetzt das Unboxing-Video machen und dann, wie ich schon gesagt habe, am Sonntag, also morgen wird dann das Unboxing-Video kommen plus ein Part The Crew, Sonntag dann ein Part The Crew plus Formel 1 2014 Part 30, das sollte dann Japan-Qualifying sein, glaube ich, oder? Ich bin mir gar nicht sicher, auf jeden Fall irgendein Qualifying und ab Montag starten wir dann mit The Crew und Forza Horizon 2 richtig durch und ja, dann würde ich sagen, das war es, alles knackig in der Kürze und in der Kürze liegt die Würze, ihr wisst Bescheid, liebe Leute und dann verabschiede ich mich auch schon wieder, sagt Josh, Servus und wünsche euch jetzt noch einen schönen, angenehmen Abend, bis dann!